. Schönen guten Abend und willkommen zu hessenschau. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute, wie es mit dem neuen Euro-Ticket läuft. Ab heute kann man damit durch ganz Deutschland touren. Und wir haben einen Beitrag zum Kronjubiläum der Queen. Einer ihrer Köche ist nämlich Hesse Stefan Pappert aus Fulda. Als Erstes gucken wir, was war heute an unseren Tankstellen los. Seit heute greift der sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung. Super E10 müsste dadurch 35 Cent billiger werden. Diesel immerhin gut 17 Cent. Aber geben die Tankstellenkonzerne den Rabatt überhaupt weiter? Für viele Autofahrer beginnt der Tag heute so wie das Wetter. Mit sonnigen Aussichten. Die Preise weit unter der 2-Euro-Marke. Gestern noch war es wie hier in Dieburg anders. Der Tankrabatt greift offenbar. Schon um halb sieben bilden sich heute Morgen an dieser freien Tankstelle lange Schlangen. Für die Leute, die noch berufstätig sind, die weit fahren müssen, ist es mit Sicherheit eine Erleichterung. Ich habe es noch nie so gespart. Aber im Moment lohnt es sich mal zu gucken, wer überhaupt es umsetzt. Egal, was es kostet. Wenn ich tanken muss, muss ich tanken. Und dann ist es halt leider so. Ich musste eh tanken, weil ich habe nicht mehr viel im Tank. Weil ich die ganze Zeit nicht viel getankt habe, weil die Preise so hoch waren. Da habe ich mich jetzt natürlich gefreut. Der Bund hat heute Nacht die Mineralölsteuer gesenkt. Bei Diesel um 17 Cent, bei E10 um 35 Cent. Die Preissenkungen wurden von dieser Tankstellenkette fast eins zu eins weitergegeben. Selbst für die Geschäftsführerin überraschend schnell. Und die Schlangen hörten bei ihr heute bis zum Nachmittag nicht mehr auf. Noch reicht aber der Vorrat. E10 ist ein bisschen weniger Super Plus. Und unser Diesel-Tank, ja, aber das ist schon sinnvoll. Also, daher sollte es eigentlich theoretisch auch für drei Tage lang, sage ich mal. Aber so wie es heute aussieht, glaube ich, dass wir heute Abend noch mal fahren müssen und holen müssen. Seit Januar ist der Preis allein für E10 in die Höhe geschossen. Mit einem Peak zu Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar. Experten rechnen damit, dass sich das die nächsten Tage wieder erheblich beruhigen wird. Die Idee der Ampelregierung, die Energiekosten zumindest zeitweise zu senken, habe heute in allen Regionen Hessens funktioniert, sagt der ADAC. Und das werde wohl noch einige Zeit halten. Das ist auf jeden Fall für die drei Monate der richtige Schritt, einfach um den Verbraucher und den Pendler zu entlasten. Das ist ja nicht nur der Endverbraucher, sondern es sind ja auch ganz viele Handwerksbetriebe. Das sind ja Logistik- und Taxi-Unternehmen, die alle am Benzinpreis letztendlich hängen. Ähnlich viel los an einer Tankstelle in Rottgau. Die Schlange beginnt hier am Vormittag und hört ebenfalls erst spät auf. Ich hoffe jetzt wie gesagt nur, dass insgesamt der Großmarkt ein bisschen ruhig bleibt, auch gerade durch das ganze Russland-Öl-Embargo und allem drum und dran. Es ist sehr unruhig momentan und ich hoffe nicht, dass der Effekt jetzt irgendwann wird verpufft. Manch einer macht mit, findet den Tankrabatt aus Berlin aber eher schwierig. Ich halte es für keine gute Idee, weil es eigentlich die falschen begünstigt. Sie sehen ja die großen Suffs, die werden erleichtert sein, die mit 15 Liter über die Autobahn donnern. Die werden jetzt wahrscheinlich mit 160 über die Autobahn donnern, weil sie sich freuen, dass sie wieder ein paar Cent sparen. Also man hätte das anders ansetzen sollen. Derweil begründet die Mineralölwirtschaft die bisherigen Preiserhöhungen auf ihre Art. Es gibt mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist der, dass in den USA eine Benzinknappheit herrscht. Und das hat Auswirkungen weltweit, weil Benzin auch weltweit gehandelt wird. Kritiker sehen darin ein Scheinargument. Bis Ende August sollen die Steuersenkungen nun greifen. Ob der Benzinpreis danach auch so bleibt, ist fraglich. Und wir sprechen mit Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin an der Universität Lüneburg. Ihre Expertise ist gefragt, wenn es um Energiepolitik und Klimaschutz geht. Sie berät unter anderem die Bundesregierung und die Vereinten Nationen. Frau Kempfert, ab heute gilt der Tankrabatt. Sind die Preise denn eigentlich tatsächlich jetzt niedriger? Naja, zum Teil denke ich schon, aber nicht die gesamte Höhe, wo es eigentlich nach unten gehen müsste. Was daran liegt, dass im Vorfeld der Einführung dieses Tankrabatts die Preise ordentlich nach oben gegangen sind. Die Mineralölkonzerne ihre Margen nach oben getrieben haben und das werden sie auch weiterhin tun. Aber jetzt werden die Preise sinken, sodass eben der Eindruck entsteht, es ist auch vollständig weitergegeben worden. Das ist aber aller Voraussicht nach nicht der Fall. Glauben Sie, dass das in den nächsten Monaten so bleibt, das was wir an Senkungen jetzt sehen? Na, ich hoffe es. Zumindest wird das Bundeskartellamt darüber wachen, dass diese niedrigen Preise da oder zumindest diese Steuersenkungen dann auch weitergegeben werden. Wir wissen ja nicht, was mit dem Rohölpreis passiert, mit dem Benzinpreis. Wenn die Nachfrage ja steigt, wird ja der Benzinpreis wieder ansteigen und die Margen werden sich weiter erhöhen. Das ist die Hauptkritik, die wir auch haben an dem Tankrabatt, der ökologisch und ökonomisch unsinnig ist, dass eben ein Großteil in die Kasten der Mineralölkonzerne geht. Und das ist wertvolles Steuergeld, was man hätte besser ausgeben können. Da möchte ich nochmal einhaken. Wäre es aus Ihrer Sicht denn besser gewesen, das Geld in klimafreundliche Energieerzeugung zum Beispiel zu investieren? Ja, vor allen Dingen in die Energiewende oder auch in die Verkehrswende. Denn wir brauchen ja Alternativen. Der Schienenverkehr muss gestärkt werden, der ÖPMV, die Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden. Da wäre es sicherlich sehr viel besser investiert worden, zumal wir auch wegkommen müssen von den fossilen Energien. Und jetzt den Verbrauch zu subventionieren, ist der denkbar falsche Weg. Da sollten wir besser das Sparen unterstützen und auch fördern. Frau Kämpfer, wir sprechen gleich nochmal weiter. Nicht nur Autofahrer, auch Bahnfahrer sollen entlastet werden. Seit heute gibt es deswegen das 9-Euro-Ticket. Damit kann man einen ganzen Monat lang theoretisch in ganz Deutschland rumfahren mit Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen. Nur nicht mit Fernzügen. Drei Monate lang läuft die Aktion und die ist genauso umstritten wie der Tankrabatt. Matthias Schmidt hat heute frei. Der Busfahrer ist trotzdem früh unterwegs. Der Langner ist auch privat begeisterter Bus- und Bahnnutzer und will erleben, wie das 9-Euro-Ticket anläuft. Ich finde es toll, vor allem eine Ersparnis, eine Erleichterung für die Leute, die halt als Pendler nach Frankfurt oder Darmstadt möchten. Er selbst hat ein sehr günstiges Job-Ticket, das durch das 9-Euro-Angebot jetzt bundesweit gilt. Eine Gelegenheit, die sich Schmidt nicht entgehen lassen will. Ich möchte dann auch mal weiter weg, also bundesweit nach Hannover oder noch weiter weg. Das 9-Euro-Ticket, es kommt allgemein gut an. So der Eindruck heute morgen am Frankfurter Hauptbahnhof. Bei mir lohnt sich das richtig. Ich habe vorher für mein Schülerticket 140 Euro gezahlt im Monat. Super. Allerdings wird es wahrscheinlich sehr, sehr voll. Also das ist ja schon zu erwarten. Und ich bin mal gespannt, inwiefern mir das mit meiner Arbeit in die Quere kommt. Ich habe viele Freunde in der Ferne und da lohnt es sich, die einfach mal zu besuchen. Sei es München, sei es Hamburg, da lohnt es sich einfach. Aber Achtung, nur in Regionalzügen gelten die 9-Euro-Tickets bundesweit. Eine Garantie auf günstiges Reisen für drei Monate. Der Ansturm ist groß. Mehr als sieben Millionen 9-Euro-Tickets wurden bisher in Deutschland verkauft. Doch glatt läuft nicht alles, wie einige heute früh feststellen. Und ich bin jetzt das erste Mal entsetzt. Der Zug, wo wir hergefahren sind in der RBW, waren weniger Waren dran. Total überfüllt und unterwegs nochmal fünf Minuten Haltstopp. Grausig. Störungen sind quasi unvermeidlich, räumt der RMV-Geschäftsführer ein. Die Kapazitäten in Bezug auf Strecke und Wagen seien begrenzt. Das, was Sie hier heute am Frankfurter Hauptbahnhof sehen, ist das eigentlich, was maximal an Kapazität und Leistung abgerufen wird. Und demzufolge gibt es noch etwas Puffer für die Freizeitverkehre, für die Wochenendverkehre. Doch trotz potenzieller Schwierigkeiten, die Aktion sei auch eine Chance, neue Kunden zu gewinnen. Kritik an der Aktion gibt es überraschenderweise vom Bündnis Verkehrswende. Das 9-Euro-Ticket begrüßen sie zwar, fordern aber grundsätzlich den Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Wir brauchen eine bessere Taktung, dass man auch wirklich überall ankommt, den ganzen Tag, auch in den Abendstunden. Da wird es dann schon dünn, wenn man zum Beispiel von Gelnhausen nach Büdingen will. Nach 17 Uhr kommt man nicht mehr in jedem Ort an. Matthias Schmidt ist auch vom jetzigen Angebot schon begeistert. Schließlich kann er so besonders bei langen Strecken viele Euro sparen. Und wir fragen noch mal Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Energie- und Klimapolitik-Expertin. Frau Kempfert, was halten Sie vom 9-Euro-Ticket? Na, grundsätzlich geht das in die richtige Richtung. Es ist zumindest besser als der Tankrabatt. Denn wir brauchen ja eine Verkehrswende, mehr Schienenverkehr, besseren ÖPNV. Es ist allerdings ein Strohfeuer. Die Nachfrage, das war zu erwarten, steigt natürlich enorm. Das kennen wir auch aus anderen Ländern. Da wäre es besser, man würde es verstetigen und wirklich den Schienenverkehr dauerhaft stärken. Sprich die Schienen ausbauen und auch mehr Wagen, mehr Angebot, all das unterstützen. Es ist ja vielleicht auch die Gefahr, dass durch überfüllte Züge manche Menschen sogar am Ende abgestreckt werden, oder? Ja klar, im Moment sind die Züge voll und manche sind abgeschreckt. Deswegen wäre es sinnvoller, man setzt dann auch mehr Wagen ein. Und das muss man tatsächlich finanziell unterstützen, sodass die Menschen nicht dauerhaft abgeschreckt sind. Es geht ja auch darum, dass man eigentlich will, dass man dauerhaft umsteigt. Dass eben sehr viele mehr Menschen auf den Schienenverkehr umsteigen. Deswegen muss es billiger werden, attraktiver, aber eben auch ein ausreichendes Angebot da sein. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, vielen Dank. Danke Ihnen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Kaum im Amt geht es auch schon richtig los für den neuen Ministerpräsidenten. Die Opposition hat eben gleich am ersten Arbeitstag im Plenum das Leben ein bisschen schwer gemacht. Die Nachrichten mit Martin Wörsing. Ja, die SPD zum Beispiel ist sauer. Es gäbe zwar einen neuen Ministerpräsidenten, aber ansonsten hätte sich gar nichts getan im Land. Sebastian Jakob über den heutigen ersten Tag im Landtag für Ministerpräsident Boris Rhein. Boris Rhein tiefenentspannt, kein Wunder. Erst seit etwa 24 Stunden ist er als neuer Ministerpräsident im Amt. Doch wenn es nach dem Willen der Opposition geht, soll ihm das Lachen schnell vergehen. Scharfe Kritik an der Landesregierung heute in der ersten Sitzung am Tag nach der Wahl. Der verfassungswidrige Umgang mit dem sogenannten Corona-Sondervermögen. Erst die Klage von SPD und FDP vor dem Staatsgerichtshof hat sie wieder auf den Boden des Grundgesetzes zurückgebracht. Und das war notwendig. Die Linke sagt, Boris Rhein stehe nicht für Aufbruch und Erneuerung. Das findet auch die FDP. Hessen stehe unter Schwarz-Grün still. Der frisch gewählte Ministerpräsident sieht das anders. Wir sind vollkommen da. Und zwar nicht irgendwie da, sondern wir sind da mit Wumms und mit Energie. Schwarz-Grün ist da und so stark wie selten zuvor. Nächsten Dienstag steht Rheins erste Regierungserklärung an. Dann will er Details zu seinen politischen Zielen präsentieren, damit Schwarz-Grün auch weiterhin gut Lachen hat. Die Aussetzung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts in Kooperation mit dem Moscheeverband DITIB Hessen ab dem Schuljahr 2021 war rechtswidrig. Das hat der hessische Verwaltungsgerichtshof heute bestätigt. Das Land habe mit dem sogenannten Einrichtungsbescheid von 2012 ein auf Dauer angelegtes Kooperationsverhältnis mit dem Verein, das nicht einfach einseitig eingestellt werden könne. Nach den Durchsuchungen bei der Deutschen Bank und ihrer Fondtochter DWS wegen Greenwashing-Vorwürfen gibt es nun personelle Konsequenzen. DWS-Chef Ahsoka Wörmann lege sein Amt im Einvernehmen mit dem Unternehmen nieder und werde vom bisherigen Leiter der Unternehmenskundensparte Stefan Hobbs abgelöst, so die beiden Unternehmen. Die DWS soll wissentlich Finanzprodukte als nachhaltiger verkauft haben, als sie es tatsächlich sind. Und das war's erstmal mit den Nachrichten. Bei Andreas geht's weiter mit einem Mann und seinem besonderen Job. Die Queen feiert ab morgen ihr 70. Thronjubiläum und ein Hesse ist voll eingespannt in die Vorbereitungen. Stefan Pappert aus Fulda ist nämlich einer ihrer Leibküche. Das hohe Alter von Elisabeth II. kann er sich nur zum Teil zuschreiben. Er kocht seit fünf Jahren für sie. Die Queen, 70 Jahre Thronjubiläum und Schloss Windsor in England. Das wird eine Sause. Der Fulda-Koch Stefan Pappert ist schon länger im Vorbereitungsstress. Seit Wochen kauft er ein für das Festmahl. Gemüse gibt's sogar im Schlossgarten. Wer sich immer fragt, warum das so schön grün da unten ist, bauten wir das Gras dann, also unser Windsor-Gras. Aber wir haben jetzt auch schon wieder Bärlauchzeit. Schaut mal da drüben, wie voll das ist mit Bärlauch. Pflücken wir uns natürlich alles selber, haben ein schönes Pesto raus. Der 44-Jährige aus Fulda ist seit 2015 Chefkoch im Londoner Wembley-Stadion. Dort kam Prinz William 2017 zum Probieren in die Küche und engagierte ihn sofort als einen der Leibköche für die Queen auf Schloss Windsor, ganz ohne Bewerbung und Formalitäten. Pappert merkte schnell, die Queen weiß, was sie will. Wild ist sie unheimlich gerne dabei, auch Wildschwein. Manchmal Wildscheinschwulter, das ja auch nichts anderes ist wie Schweinsbraten in München. Ist aber meistens immer, haben wir ein Fischgericht im Bäcker, weil sie sich manchmal umentscheidet und sagt, sie hätte eine Woche lieber was anderes. Und vielleicht ist das ja auch ein Geheimnis ihrer 96 Jahre, nicht so viel auf einmal und nicht so schwer essen. Wir machen im Moment zwischen sechs bis acht bis zehn Mahlzeiten pro Tag. Einfach, es steht immer wieder was da. Wenn es nur einen kleinen Quark als Snack ist oder wenn wir einfach ein paar Apfelringe kochen oder es gibt ein paar Haribos, Erdnüsse, also es gibt immer was zu essen. Metzgermeister Johannes Richter im osthessischen Eiterfeld hat auch schon Gaumenfreuden für die Queen zubereitet. Er und Pappert kennen sich von früher. Die osthessische Wurstspezialität Flurgönder hat Pappert in Schloss Winzer auf den Teller gebracht. Der Mix aus magerem Schinken und Schweineschwarte kam offenbar sehr gut an. Er hat zu mir gesagt, die Teller waren leer, die waren geputzt. Und von daher denke ich mal, ist das ein gutes Zeichen, dass es ihr auch geschmeckt hat. Auf Schloss Winzer hat die Queen Stefan Pappert noch keinen Besuch in der Küche abgestattet. Dabei gibt sich der 44-Jährige auch jetzt zum 70-jährigen Thronjubiläum so große Mühe, sie zu verwöhnen und gut zu ernähren. Sprich, wir müssen sie einfach gut durch die Tage durchbekommen. Das sind doch Power-Tage, wo man gucken muss, wann machen wir Frühstück, wie machen wir Frühstück. Machen wir jetzt wirklich kalorienreicheres Frühstück, dass wir sagen, es gibt mehr Spiegelei, es gibt mehr Proteine in der Früh, haben wir Magerquack da. Oder sagen wir, wir tun dann auch Mittagessen selbst und geben da noch mal Power rein. Ständig Sonderwünsche der königlichen Familie? Fehlanzeige. Die Royals sind die handliebsten Leute, die ich im Umgang habe. Also da sind hier manche Stars schlimmer. In den nächsten Tagen liegen vor dem Fuldaer und den anderen Leibköchen der Queen 40 Menüs und geschätzte 40.000 Essensportionen. Da ist schon allein die Menge königlich. Der Sommermarkt in Wiesbaden auf dem Mauritiusplatz mit Gastronomie und Unterhaltungsprogramm gehört zu den Maßnahmen, die die Innenstadt attraktiver machen sollen. Unser Kollege Bernd Arnold ist jetzt dort. Bernd, heute ist ja der erste Tag. Was erwartet die Besucher? Ja, ich weiß nicht, ob Sie es hören können. Auf jeden Fall ist schon mal Musik zu hören. Und man kann was essen und was trinken. Hört sich relativ banal an. Aber das konnte man vorher eben auf diesem Platz nicht machen. Und das Ganze gehört zur Innenstadtbelebung. Denn hier in diesem Fünfeck, da gibt es 47 Leerstände. Also da müsste sich mal was tun. Aber Innenstadtbelebung ist ja so ein bisschen abstrakter Begriff. Herr Rottloff ist für das Marketing der Stadt verantwortlich. Welche Rolle spielt denn das, was wir hier drum herum sehen? Ich habe gehört, es gibt ein Aktionsprogramm, einen Aktionsplan mit 100 Punkten. Das ist ein Punkt. Was bedeutet der? Der Punkt bedeutet, dass wir die Menschen wieder zurück in die Stadt kommen holen wollen, dass wir die leeren Plätze beleben wollen, damit unsere Stadt attraktiver machen wollen und vor allen Dingen auch in dieser Stadt Lebensqualität und Aufenthaltsqualität schaffen wollen. Wann ist dieses Projekt für Sie ein Erfolg? Wenn das Projekt jeden Tag angenommen wird, wenn das vielfältige Kulturprogramm Anklang findet und wir am Ende des Jahres, wenn die Bespielung hier rum ist, sagen können, das hat sich für alle gelohnt. Das heißt, Sie können eigentlich gar nichts verlieren? Nein, wir können eigentlich nur gewinnen. Und zwar an Aufenthaltsqualität und an einer belebten Innenstadt, die mit einer ganz tollen Dachbegrünung hier einlädt, einfach da zu sein, zusammen zu kommen und nach der Zeit, wo wir zwei Jahre lang nicht mehr zusammenkommen konnten, mit Musik, mit Spaß und Geselligkeit. Gewinnen und Verlieren ist ja natürlich eine Sache für einen Betreiber natürlich, denn der Betreiber dieser Veranstaltung und dieser ganzen Anlage hier, der trägt natürlich das wirtschaftliche Risiko in Ihrer Branche, im Eventbereich, im Gastronomiebereich, haben viele Ihrer Kollegen aufgegeben. Warum haben Sie gesagt, ich wage das? Welche Hoffnung verbinden Sie mit diesem Projekt Sommermarkt? Unser Ziel war, nach der Pandemie besser dazustehen als vor der Pandemie. Das können wir natürlich nur, wenn wir auch noch dabei bleiben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen mit dem Projekt nochmal durchstarten. Was ist für Sie die größte Herausforderung? Es gibt ja auch einen Personalmangel, das hört man an allen Ecken. Oder was ist für Sie die Herausforderung? Die Herausforderung ist natürlich das perfekte Ergebnis für den Gast zu haben. Mitarbeiter, Aufbau und Co, alles spannende Themen. Aber haben wir geschafft und freuen uns jetzt auf drei Monate auf eine tolle Veranstaltung. Im Hintergrund sehen wir die Bühne. Was gibt es da so? Jetzt hören Sie mal Gesang. Was haben Sie für Programme? Also wir haben ein ganz buntes Bühnenprogramm. Von Modeschauen bis die Vereine, die sich in Wiesbaden präsentieren können. Musikalische Untermalungen, Kochabende. Also kulturell sind wir hier komplett vertreten. Wann ist das Projekt für Sie ein Erfolg? Wenn Sie überleben? Wenn wir hier jeden Abend die Bude voll haben, so quasi. Das wünsche ich Ihnen. Auf was freuen Sie sich heute Abend hier? Ich freue mich darauf, dass es angenommen wird und dass wir Menschen aller Altersklassen heute den Tag über schon sehen konnten, dass sie sich hier einfinden und dass sie alle voll des Lobes sind, was man hier auf die Beine gestellt hat. Prima. Dann wünsche ich Ihnen und mir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Bert Arnold. Wünschen wir auch. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat es in Kassel einen brutalen Übergriff auf eine Schafherde gegeben. Noch mal Nachrichten mit Martin Würsing. Ja, diesmal wurde ein trächtiges Schaf getötet und der Schäfer wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Hubertus Dissen weiß nicht, wie er seine Schafe noch besser schützen kann. Am vergangenen Montag bot sich ihm dieses Bild, ein trächtiges Schaf mit aufgeschlitzter Kehle, qualvoll verendet. Ende April wurden sieben Tiere aus der Herde geschächtet. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. In Darmstadt haben sich die Mieten deutlich verteuert. Das zeigt der neue Mietspiegel, der heute vorgestellt worden ist. Demnach sind die Mieten in den vergangenen vier Jahren um gut 17 Prozent gestiegen. Der Durchschnittsquadratmeterpreis liegt jetzt bei 10,44 Euro. Damit ist die durchschnittliche Miete in Darmstadt inzwischen höher als in Frankfurt. Hier liegt sie nach dem aktuellen Mietspiegel 14 Cent niedriger bei 10,30 Euro. Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt auch beim Thema Organspende ihre Spuren. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, DSO, meldet für das erste Quartal 2022 29 Prozent weniger Organspendende gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Kreis Bergstraße macht nun auf die Notwendigkeit von Organspenden aufmerksam, mit Organspendetafeln, wie hier in Lorsch. Die werden für Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich aufgehängt. Jeder kann sich hier einen Organspendeausweis mitnehmen und für sich entscheiden, ob und zu welcher Organspende er oder sie bereit ist. Soweit die Nachrichten und bei Andreas steigt die Lust auf den Welchestag. Die gute alte Schiffsschaukel, hier haben wir Bilder von 1957. Tja, beim Frankfurter Welchestag steht jetzt eine, die schon ausrangiert werden sollte. Betrieben wird sie von einem Schiffsschaukelverein. Dahinter steht vor allem eine Familie aus Mühlheim am Main. Die konnte sich ihre Dietesheimer Stadtteilkerb ohne Schiffsschaukel überhaupt nicht vorstellen. Aber kaum war das Ding fertig restauriert, kam Corona. Jetzt wieder der erste Einsatz. So ein Schiffsschaukelaufbau ist anstrengend und dauert. Deshalb hat der harte Kern des Dietesheimer Vereins schon gestern angefangen, das gute Stück aufzubauen. Auf dem unebenen Waldboden ist das eine Herausforderung. Also eigentlich ist es wichtig, dass sie komplett gerade steht, in Wasser sozusagen. Ist jetzt auf dem Boden ein bisschen schwierig, aber dafür haben wir die Bretter, die wir unterlegen, dass die wieder eben ist. Das ist jetzt das Podest, wo wir draufstellen. Legen wir gerade mal hin, dann kannst du wieder rüber. Ja, mit den Bremspolen sozusagen werden dann die Schiffe abgebremst. Der Schiffsschaukelverein 2018 gegründet ist deutschlandweit einzigartig, sagen die Initiatorenfamilie Zortea. Vater Rainer, Mutter Inge und Sohn Nick wollen damals nicht hinnehmen, dass der Schausteller die von den Dietesheim ein heiß geliebte Schiffsschaukel ausrangieren will, nur weil sie in die Jahre gekommen ist. Dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, dass er es nach Holland verkaufen will. Dann habe ich gesagt, ist mir egal, was der Holländer will, die bleibt hier. Ich kauf das ab. Ja, du warst gar nicht für wie viel, habe ich gemeint, ist egal, der Holländer kriegt sie nicht, die bleibt hier. Am Ende wird ein vierstelliger Betrag fällig, plus die Kosten für die Renovierung des Schaukel-Oldies Baujahr 49. Aber Freunde helfen Spenden fließen, denn ohne die Schaukel will in Dietesheim keiner und keiner Kerb feiern. Das hat sich rumgesprochen bis Frankfurt. Und es ist einfach immer geil, wenn du von Grund auf das Ding aufbaust. Es dauert halt wirklich lange, ist halt auch dementsprechend groß. Und wenn sie dann steht und das erste Mal angestummt wird und es wird gebremst, das ist ein Holzgeruch. Sobald man den riecht, dann weiß man eigentlich, dass es Kerb. In dem Fall ist jetzt welches Tag, aber wir sind wieder da und da ist die Freude groß. 2019 hatte die Schaukel mit 70 Jahren und viel Schwung ein Comeback auf der Dietesheimer Kerb gefeiert. Dann kommt die Corona-Pause. Zwei Jahre ohne die Möglichkeit, den Aufbau zu üben, aber die Zorteas und ihr Team sind zuversichtlich. Langsam wieder hineinkommen. Ist klar, zwei Jahre im Haus. Deshalb musst du erst mal wieder die Wege richtig finden. Aber es passt. Wir sind zufrieden. Zum Abschluss testet Nick Zortea das Highlight, die Überschlag-Schaukel. Und es scheint rund zu laufen. Bis Andrej Abraham kommt. Er ist beim TÜV, Sachverständiger für fliegende Bauten und muss genau hinschauen. Auch bei der Elektrik. Das Resultat, auf dem Metallrahmen der Schaukel fließt Strom. Ja, also wir haben das Problem, da ist eine Schutzleiterverbindung von dem Schaltkasten nach da oben. Und irgendwo ist die Schutzleiterverbindung halt unterbrochen. Oder es ist halt ein Schaltungsfehler irgendwo passiert. Das muss jetzt kontrolliert werden von einem Elektriker, wo der Fehler da liegt. Also kein TÜV erst mal. Bis zum Start des welches Tages am Samstag ist aber ja zum Glück noch Zeit. Und die Zorteas sind sich sicher, sie werden das Kind. Schon schaukeln. Haben Sie schon mal was von Pinselohrschweinen gehört? So sehen sie aus. Ein markanter heller Strich auf dem Rücken und lange Pinselohren. Beim Bauern sieht man sie nicht. Auch nicht im Supermarkt, aber im Frankfurter Zoo. Sie sind wieder da, nach 40 Jahren Abwesenheit, die Pinselohrschweine im Frankfurter Zoo. Nicht nur, dass sie besonders auffällig aussehen, macht sie zum Hingucker. Vielmehr ist eins von ihnen ganz eng mit dem Tierpapst Bernhard Czimek verbandelt. Das eine Schweinchen aus dem polnischen Zoo hatte noch keinen Namen. Und das haben wir dann in Angedenken an das erste Pinselohrschwein, was jemals im Frankfurter Zoo gelebt hat, Helene genannt. Denn das Schweinchen hieß damals auch Helene. Und das war von Bernhard Czimek selber mit dem ersten Okapi zusammen nach Frankfurt gebracht worden. Ja, und eben so ein bisschen in Memoriam dieser ersten Schweine hat dieses Tier den Namen Helene bekommen. Helene also und Abby, die beiden Jungtiere, sind ab sofort zu bestaunen. Aber an der Anfang war schwer. Wie bei all unseren Zootieren, wenn sie neu zu uns in den Frankfurter Zoo kommen, durchlaufen sie erst eine 30-tägige routinemäßige Quarantäne. Also nicht, weil sie irgendwas haben, sondern nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist, wie man sich das eben vorstellt, ein sehr kahler und steriler Raum. Und gerade für so explorative und neugierige Tiere wie Schweine ist das natürlich nicht besonders fordernd und ziemlich langweilig. Deshalb sind sie trotz aller Neugier noch ganz schön vorsichtig. Die waren schon, nachdem sie sich dann getraut haben, die waren am Anfang zögerlicher, als wir erwartet hatten, aber haben dann natürlich sofort angefangen zu wühlen und natürlich zu schnüffeln. Jetzt geht es nur noch darum, ob sie in ihrer zukünftigen WG, denn hier ziehen demnächst auch Bongo-Antilopen ein, miteinander zurechtkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben eine große Tierart mit Hörnern, die natürlich in der Lage ist, das Schwein fliegen zu lassen im Zweifel. Die Antilope. Genau. Es gibt auch angriffslustige Schweine, die also das Potenzial haben, die Bongus zu ärgern, in die Beine zu beißen. Also das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten. Miteinander auskommen müssen sie auch in ihrer Heimat Afrika. Pinselohrschweine stammen aus Wäldern in Zentral- und Westafrika. Ihr Lebensraum ist stark bedroht. Jetzt gleich das Wetter mit Karin Schmidt und nach der Tagesschau sehen Sie bei uns das Marktmagazin MEX. Da geht es heute um die hohe Inflation. Was bedeutet sie ganz konkret für uns? Und um 22.15 Uhr dann die letzte Ausgabe von der hessenschau für heute. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.